Hallo, hier ist Mario 13780, herzlich willkommen zu Juvio Jax Part 50 und jetzt auch der letzte Part für heute Oh Gott, Schild, jetzt lass dir was einfallen, wenn du jetzt noch gewinnen willst, lass dir was Gutes einfallen, mein Freund Oh Gott sei Dank hat er die Cyberdose gerade noch rechtzeitig gezogen, boah, das war gerade noch rechtzeitig Tja, hier sind alle Munds erledigt, perfekt, eins Zwei, da hat er eins Zwei, drei Vier Und fünf Äh, warte Vier Und fünf Eins Zwei Drei Vier Und fünf Okay 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 Er wird einfach zu Okay, komm schon Vier Zieh und Oh Gott Oh ja Die Karte als spiegelt auf der gier sehr gute wahl mein freund sehr gute wahl ich würde mich auch mal gern wer tun den jetzt kommt mach hin und die zwei die 20 ist ein gutes duell Oh nein, ein schwarzes Loch Egal, besser, weil dann hat er auch seine Limit entfernt Er entfernt dann mit seinen Karten auch gleich Und dann wird der in den ersten Zug Ja, und er kann ihn aber jetzt angreifen Das ist ein Fehler von ihm gewesen Er kann ihn jetzt angreifen Ich glaube, Jason sollte lieber hingehen Und sollte seine andere Karte aktivieren Lieber acht Euro bezahlen, dass er die beiden Monsters geholt Dass er dann gleich seine Mögen direkt angreifen kann mit beiden Ja, okay, er ist ganz normal, so gut schön Okay Ach Und Oh Kann keiner spielen, okay Das ist ein Fehler Ein dreckiges Scheißfehler, sowas Jaiden Oh ja Ah, dafür kann Jaiden jetzt angreifen wieder Und dann ist es gleich in der nächsten Runde bereit Ja, nur ein Angriff haben wir verlieblich Und jetzt ist eine Karte verdeckt Das war's für jeden So, in der nächsten Runde hat er gewonnen Wenn er nichts spielen kann, hat er gewonnen Und so, komm, zieh ruhig deine Karte Komm Lege acht, zieh deine Karte Und jetzt spiel er wieder eine Karte verdeckt So, komm Da Damit hat er gewonnen Wenn es durchgeht, hat er gewonnen Aber er kann ja schon wieder ein Tricks spiel Und da kann er wieder etwas laufen Wenn er wieder ist, wenn er wieder weg Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das wenn ich die Karte Ja, das war's. Jadon hat gewonnen. Okay. Okay. Ja, klar. Cool. Okay. Slade. Trigger. Okay. 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 So lange hat das Duell gedauert. Oh, Mann. Okay. Ein neuer Schwind! Was? Du musst halt ganz unten anfangen! Oh ja, perfekt! Ich hab's nur gedacht, dass der Slyfer hier ist. Okay, komm! Leute, hört doch mal auf zu labern hier! Meine Güte jetzt! Come on! Darf ich jetzt endlich... Jetzt geht's los! Yay! Da hast du recht, Chess! Da hast du recht! Auf, komm! Hau rein, Chessi! Jetzt aber! Ah, 24. Juni! Samstag! Okay! Mal gucken! Ja, komm! Geh raus! Meine Güte! Ich geh mal kurz auf die Karte, weil ich muss kurz gucken, wo Chess ist! Aha! Der ist auch hier! Der ist hier! Unser Chess ist hier! Okay! Dann muss ich grad mal gucken, wo er seine Unterkunft hat, der Kollege! Ich weiß nicht, ob er hier drin ist oder ob er bei den anderen ist! Okay, hier drin ist er anscheinend nicht! Dann ist er wahrscheinlich bei den anderen! So, hier! Und? Habe ich recht? Jo! Okay, das ist ein eigenes Zimmer jetzt! Hier! Jetzt kann ich mich jetzt hier alleine mal mit Chess duellieren, endlich! Cool! Wawawam, bam 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 bam! Chess, Prinsten! Okay, mach ruhig! Schwache... Und starke... Ah, hier bleibt dann der Knoll Ohja, viele Karten haben ich bis jetzt Geht so damit Ok, komm Ah jo, klar Warum, das bringt doch was Hm Gut, da bin ich jetzt dran, mein Freund Ich zieh jetzt da meine Karte, komm schon Ich zieh Hm Ok Das heißt Diese verdeckt Diese verdeckt Nein Weg Diese, ne, beschwöre ich in Angriffsposition So Ok Und, jetzt greife ich Jazz an Und ich hoffe es geht durch Und, es geht durch, perfekt Sehr gut Sehr gut Ja, der Monster hat die wir auch losglau Warum nicht Ok Ta Endo Du bist dran Wenn er mich angreift, dann, ok Ja Ja Weiß was kommt, da ruft ein Steckeres ab Äh, ne komm, weißt du was, die hab ich begangen, die hab ich mir auf, die Karte Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, klar Ok Alles klar Was ist Was ist So, dann werde ich hingehen Erstmal die aktivieren Lassen wir mal So Trinkt mir gerade leider nicht viel Ok, dann greife ich schon mal die hier So So Da wäre schon mal tausend verloren Und Krass dann schon mal die hier mit an So Das war jetzt klar So Diese wieder anrufe Aufrufe Ta Endo Du bist dran Jazz Ja Nope Ich darf natürlich verliere ihn mit dem, der Win-Crop-Modart Hm, da war ich richtig verliere ihn mit dem Win-Crop-Modart Aber ich schwaber Pens rede ihn mit dem Win-Crop-Modart Komm schon Mhm Sehr gut, freifahren So Ja. Nope. Nein? Okay. Okay. Komm schon. Ja, ich weiß schon. Komm. Jetzt kann er seine Scheiß. Oh, ich stand 2800, wenn wir uns hier rufen. Oh, ne. Auf jetzt, komm. Ach, haben wir es jetzt mal, Leute. Komm. Komm schon. So. Warte, wie ich schon mal diese hier. Mhm. Und jetzt diese Karte verdeckt aufs Feld. Und... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mein Gott. Ah, klar. Ja, Endo. Alles klar. Nein! Ach schon, komm! Von mir aus, dann nervt mich die Karte, wenn es uns nicht mehr... Ja, schon habe ich verloren. Es war klar, dass ich verliere. Es war einfach so klar, dass ich verliere. Wird es auch anders auch sein können, eigentlich. Ach, komm. Ja. Oh, Jess, hör auf mit deinen scheiß Posen, Alter! Geh mir nicht auf die Nüsse, Junge! Ich muss mal aufhören zu speichern jetzt! Danke! Ob er böse ich das Zimmer eingerichtet hat, oh Gott! Was müsst ihr erwarten, das kennen wir ja von Jess! Dank, Karte! Ja! Gut zu sehen! Oh, komm, mach doch schneller jetzt hier! Meine Fresse, Alter! Was bedenst du? Yumi! Dann mache ich kurz mit Yumi ein Duell und dann... Ja! Wenn wir alles dann fertig haben, hör mal auf! So! Ah, ja! Meine Fresse, ey! Komm! Komm! Komm schon! Fangen wir den Duell an, oder? Oh, ja! Huh! Oh, yeah! Perfetto Mondo! Ey, super! Leute! Das wird witzig! Das wird witzig! Das wird witzig jetzt! Diese Karte in Verteidigungsposition! Ich beende mein Zug! Enter! Du bist dran! Yumi! Komm! Ja, ich bin bereit, Yumi! Komm! Ja, ich bin bereit, Yumi! Okay! Schön für dich! Perfekt! Ja, das hat ruhig zwei Karten, weil das interessiert mich jetzt mal herzlich wenig gerade! So! Ja, schön! Wehe! War nicht schlimm! Danke! Passt! Herzlichen Dank! Ja, darf ich jetzt? Danke! Danke! Und... Ta... Endo! Yumi's Run! Hm... Vielleicht haben wir noch Glück, und es wird vielleicht auch noch ein Duell! So! Super! Perfekt! Danke! Du hast mir echt ein... Du hast mir echt gut geholfen damit! Ja, jetzt kommt die Scheißkarte schon! Ja, komm! Jetzt kommt die Scheißdreckkarte wieder! So! Ey! Oder weißt du was? Wir machen doch noch ein Duell! Wir machen doch noch ein Duell! Ich beende jetzt den Part! Wir sehen uns im nächsten Part! Bis gleich!